Können wir den Kerl jetzt vielleicht mal töten? Shit, der ist zu weit weg. Ja. Gekonnt. Oh, der hat noch super viel Leben. Boah, die Geister hauen aber auch sein. Vorsicht, der Strahl. Ja, meine Güte. Oh, das war total clever. Du kannst dich wieder überleben? Ja. Jetzt geht's wieder los. Ja, wir müssen den jetzt weg machen. Ja, das sollten wir vielleicht mal. Ähm. Jetzt killt er uns. Warte, ich frag das Dinger hin. Oh. Fuck. Holy shit. Das hat ihm überhaupt nichts abgelehnt. Ich weiß nicht, ich hab irgendwie nicht das gef... Oh no. Ja. Ja, ihr müsst drauf. Einfach Damage drauf. Ist er wieder weggegangen, ey. Full Damage. Ich sollte echt öfter mal meine Blockfähigkeit einsetzen. Habe ich damit den... Scheiß Strahl von dem Kerl blocken können? Bestimmt nicht. Ich... So, die Geister sind so nervig. Oh, okay, ja. Haha, geil. So. Dann, äh, mach mal Grants. Oh, das macht aber echt gut Damage dann. Ach, guck mal die Säulen blocken das, die Idioten. Nice. Ja, ja. Das ist, äh, Standard. Haha, der kann kann ich auch, ey. Ich wollt grad sagen, der kann, das kannst du doch auch, oder? So, jetzt noch raus, ey. Pass auf, pass auf. Oh, noch mehr Geister, ey. Da teleportiert er sich hin. Das ist... Ja. All eyes on you. Ja, gleich ist er, gleich ist er. Sehr schön. Doch, 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 doch. Habe ich ihn? Ja, der ist tot. Töte sie. Kommt der dann neu? Keine Ahnung. Einfach mal eskalieren, ne? So, jetzt nicht den Krieger hier. Ich hätte dich so ausgelacht, ne? Ihr hängt da mit. Ja, perfekt. Nein! Auch das war schon das Level Ende. Dann hätte ich das Gold auch noch mitgenommen, ey. Ich dachte... Ja, das ist, äh... Wärst du noch darin gestorben, super. Boah, was war das für ein Level, ey. Einfach nur Eskalation. Stress, Stress, Stress. Anstrengend, ey. Ja, echt mal. Vor allem, das war ja ein Hauptlevel. Ich dachte, das wäre so ein Nebenlevel nur. Ja, von der Länge her hätte es gepasst, ne? Der Palast des Karmonen. So, warte mal. Aber wie sag ich denn jetzt? Beschwerböse, besser diese 70 Stunden. Ich bin jetzt mal voll professionellen Trinkertenschluck. Habe ich auch die ganze Zeit, wenn wir eh so lange aufnehmen. Ich weiß nicht, ne, komm. Komm, hau raus hier. Ah, okay, weil ich jetzt die Geister habe, okay, da ändert sich alles. Dann ist es bei euch auch so, wenn ihr eine neue Waffe kauft, dass alle Fähigkeiten sich ändern? Ja, ich habe ja nur einen Schlag, ne ganz normale. Ja, ich... Ja, aber du kannst auch noch Wirbelwind machen, zum Beispiel, oder? Ja, genau, der ändert sich, aber ansonsten... Ah, okay. Ja, weil ich habe ja auch eigentlich nur den, den Schlag hier und die Geister halt, die... Du hast eine Xbox-Controller, oder? Ja, genau. Wenn du X drückst, dann kommt da ein Schuss, oder? Ja, dann kommt das hier. Ach so. Der Schuss kommt hier, bei Y. Ja, bei mir kommt da das. Und bei B würden halt die Geister kommen. Aber dafür muss ich jetzt Leute töten, immer. Okay. So. Ach, wieder die Statue-Käse hier. Okay. Ja. Traf mal da hin. Hä? Spiel mal den Macker. Ach, so hatte drei einfach wieder, okay. Ja, aber wahrscheinlich müssen wir dann jetzt hier einmal rüber und... Ja, wir müssen uns so durchkämpfen. Wenn wir die Statue dann hochheben, dann... Hier geht's aber gar nicht nach unten, Strange. Ach so, das sind solche, okay. Ach so, die aktivieren sich erst, wenn du raufgehst, oder wie? Ja. Ah, guck mal, jetzt kann ich die verlangsamen. Ah, deswegen, jetzt habe ich's gerafft. Das ist gut, dass du deinen Charakter jetzt endlich mal gerafft hast. Alter! Ich gucke mal erst eine Stunde, oder so. Ah, so. Minus auslocken. Alter. Alter, machen die einen Schaden, die Kerle. Ich meine, ich kann die blocken, aber... Aber blocken macht man irgendwie nie. Ja, das ist... Ja, das ist... Eben, das macht keinen Schaden, hallo. Also, ich beanspruche das nächste Hähnchen für mich. Und wie viel wetten wir, dass Yannick das wieder nimmt? Zerstört. Nein! Fuck! Ich bin voll gegen die Mauer gedasht! Hahahaha! Das ist natürlich, äh... Oh nein! Oh no! Hahahaha! Warte, 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 warte! Warte, 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 warte! Warte, warte, warte! Warte, warte, warte! Ich will das Explosionsding holen. Ach so! Und dann, äh... Ja, das wär blöd. Ah! Ich glaube, wenn du nicht anhältst, kannst du auch ganz normal rennen. Ja. Aber gut... Hier oben bist du auch, oder nicht? Ah! Ah, stimmt! Jetzt, wo das sagst, ne? Ist, äh... Durchaus... Möglich. Bin nochmal draufgeschossen. Ist sogar ein Hähnchen. Ja. Luk, luk! Ich hab wieder einen Trank. Und jetzt hast du so einen Trank, richtig? Genau! Und jetzt kann ich damit einen ziemlich mächtigen Heap entfesseln, hab ich das Gefühl. Äh... Wir können hier runter, glaub ich. Das ist optional, glaub ich. Äh, ja. Meins. Und die sind ja echt selten, ey, diese Tränke. Ja, aber die sind halt echt gut. Also ich kann damit so einen Trauer... Da sollte dann vielleicht einer draufskillen, einfach nur. Ja. Mach mal. Nimm du mal Grenz. Oh Gott. Oh nein. Ich hab echt wenig Leben. Ach, schon wieder zwei von denen. Ja. Aber ich hab einen schon mal... Oh nein. ...gar nicht schlechter draufgezogen, ja. Ha, ich kann den Strahl wirklich blocken, wie geil. Ich kann alles blocken. Ja, dann stellen wir uns dann einfach hinter dich. Ich stelle mich immer hinter dich jetzt. Oh. Guck. Dann werden die so zurückgeschubst. Ich muss halt nur gucken, dass ich den Schlag von denen abtime. Ja, dann mach mal hier, Tanki Boy. Tanki, 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 Tanki. Oh! Das Problem ist, die hauen mich halt teilweise auch von hinten, wenn die mich umringen. Oh, jetzt haben wir nicht genommen. Okay, ich glaube in diesem Spiel macht Blocken wohl Schaden. Aber ich kann halt nicht blocken, wenn ich irgendwie... Alter. Bin ich schon wieder allein? Nein, okay. Nee, nee, ich leb noch, aber... So, ich bin jetzt auch wieder da. Ah, fuck. Ja, mich hat halt... Wo ist denn der eine, der schon fast tot war? Ich glaube, das ist der... Hey, warte mal, hat der regeneriert? Oh, Vorsicht. Das ist gekonnt. Ich bin eingefroren, was soll das denn? Das ist halt so ein Freeze Beam. Kannst du riechen oder was? Naja, dadurch, dass der uns... Und dann schreie ich auch noch deinen Stress aus, oh Gott. Ich hoffe, die töten ihre eigenen Leute auch. Ich befürchte, nein. Aber ich habe gemerkt, Blocken macht in diesem Spiel sehr wohl Schaden. Wie meinst du? Du meinst, wenn du blockst? Ja, wenn ich block... Also, wenn mich so eins von diesen Skeletten blockt, dann... Ich lasse aus. Oh nein. Beziehungsweise, wenn mich eins von denen schlägt und ich block den Schlag, dann mache ich den Schaden. Oh, Leute. Das ist super schwierig. Ja, das ist echt... Wenn das fiese ist, ich habe halt kein wirkliches Ausweichen. Ich habe halt nur diesen Dash mit meinem Speer. Aber das ist... Oh, fuck. Voll in die Reihen. Aber wie willst du denn zwei noch mal werden? Vor allem frage ich mich, wie willst du das alleine schaffen, bitte? Ich glaube gar nicht. Uh, das könnte jetzt fies werden. Oh Gott, ey. Wir feuern dich an. Du schaffst das, du schaffst das. Ja, guck dir das an. Was ist hier los? Oh Gott. Bin wieder da, bin wieder da. Dafür bin ich gleich tot. Ja, dann kann... Ich hab auch, ich bin da und ich bin da und... Ja, dann... Den einen kriegst du. Oh. Eingefroren und tot. Also, die Nekromantin hat länger überlebt, ne? Um Gottes Willen. Ja, das war voll intelligent, ich in die Ecke zu manövieren, ey. Oh, ich war da schon draußen. Alter, das ist heftig. Ja gut, äh... Neuer Versuch. Oh, steh mal schnell auf Easy, ohne dass jemand mehr... Bei mir steht unten, tippt kein Alkoholansch. Bei mir wurde ein Tipp für den Krieger angezeigt, was natürlich sinnvoll ist, wo ich den Krieger spiele. Total super. Ja, mit deinem Spaltangriff kannst du nämlich schwache Gegner instant töten. Wurde mir gerade gesagt. Das finde ich aber zu schwer, ey. Da bin ich ja Mimi, ne? Ja. Kannst du das mal bitte gegen den Großen machen? Herr Muskelmann darf mal wieder ran. Wollen wir diesmal links rumgehen zuerst? Wollen wir einfach... Ich wollte gerade sagen, wir waren einfach nach links. Kann ja nicht schlimmer werden eigentlich. Aber es hilft uns halt überhaupt nicht. Es verlagert unseren Tod nur ein bisschen nach hinten. Aber machen wir auch nur für die Leute, damit die mal was Neues sehen. Gut, krank, 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 krank. Haben wir ja vorher abgesprochen. Ja. Ey, wer schießt denn hier die ganze Zeit? Ach, das sind ja keine Schüsse, oder? Weißen sie nicht? Keine Ahnung. Nur die mit dem roten Umgang schießen. Die gibt's ja hier auch gar nicht. Keine Ahnung. Toll. Hier ist Essen. Und hier war überhaupt nichts. Das ist ganz komisch, platziert immer das Essen. Ja. Aber der Schlüssel doch auch gerade. Ich meine, wofür lag der Schlüssel da jetzt gerade? Ich finde, bei so einem Bossfighter könnte man so fünf Fähnchen irgendwo rumgehen. Na, das wär ja zu einfach. Nicht, dass man das nachher noch schafft. Ja, eben. Oder muss man echt diese Schädel nutzen, farmen vorher? Hm. Achso, du meinst, dass man jetzt hier quasi dann erstmal wirklich ein bisschen Action machen soll? Ja. Ich bin der Tank. Ich bin der Tank. Lass mich nach vorne. Alles Nups hier. Hier liegt noch Gold vorne. Ich will kurz sagen, da liegt noch Gold. Da ist eine Wand zum Sprengen. Haben wir noch einen Schlüssel? Muss da jetzt eigentlich ein Schlüssel theoretisch hinter sein. Warum hab ich hier keinen Schlüssel? Weil du den eben gebraucht hast. Ja, ja, da war der Schlüssel lag da und da war genau ein Tor, sonst wäre man eh nicht weiter. Achso, ja gut, ja. So, da ist noch was, wo wir Schlüssel brauchen. Achso, das ist einfach eine Tür. Okay. Nehmen wir. Dann, äh, gibt's auch mal weiter gleich. Ich mag mein Schild. Oh, das war gerade nice. Dieser Schildwurf ist echt stark. Ja, das Problem ist, zu dem Zeitpunkt kann ich dann halt nicht weiter blocken. Ah, okay. Das ist irgendwo logisch, ne. Ich meine. Ja, Yannick hat jetzt auch so einen von diesen Tränken aufgehoben. Ich weiß nicht, was das bei Yannick macht, aber. Ah, nee, stimmt. Das wirst du nicht, Yannick. Äh, ich hab die linke größere, ne, ich hab auf mich verguckt, das war Patrick, der den hatte. Habt ihr dich in mich verguckt? Ja, natürlich. Immer in deine muskulösen Oberarme, hallo? Also, da wird doch jede Frau schwach. Oh, geil, die Geist hat bleibt. Ist das eine Frau? Äh, keine Ahnung, weil Kyre implementiert eigentlich Frau, ja. Dann nimm doch mal einen, Yannick. Dann kannst du mal ausprobieren. Na gut. Ich behalte meinen für den Boss-Typen. Ich kann meinen auf den Boss werfen. Ja, achso, stimmt, du hattest ja dieses, oh, ich hab keinen Bock auf den Scheiß. Ist das denn wenigstens eine Granate, oder? Eher nicht so. Dann fäll' man gleich rausfinden. Ich hab die da drüben alle mal abgeknallt, einfach. Also, muss da. Oh, der schießt auch. Ich frag mich, ob das leichter wird, wenn man zu viert ist, oder ob's dann schwerer wird. Ob das dann hochgestufen wird, sozusagen. Könnte sein, dass es so wie bei Diablo vielleicht ist, dass die Gegner einfach immer schwerer werden. Beziehungsweise auch einfach mehr Gegner kommen. Okay. Das ist schon heftig, wie viele das teilen. Ich wollt grad sagen, irgendwann ist der Bildschirm halt voll. Ja, richtig. Aber es läuft scheinbar relativ flüssig, also das ist doch die Hauptsache, oder? Dennoch sind wir auch wieder nicht bei diesen heftigen Leuten. Na, stimmt. Gegen die normalen haben wir eigentlich nicht so die Probleme. Nö, ich schon. Hier sind noch ein Schlüssel. Ja, und vor allem ist hier Futter. Nahrung hier. Ja. Ja, dann nimm du mal nochmal. Ich denk, sollte... Also, das ist laut Spiel meine Aufgabe. Ha, hup. Um Gottes willen. Sehr gut. Fangt halt mal. Es gibt keinen Grund, das Essen zu vernichten. So, warte mal. Wollen wir mal gucken, ob naja wo Gegner sind. Okay. So, laufen. Oh no. Oh no. Okay, wir müssen da rüber, warte. Äh, du solltest dich gerade nicht treffen. Das mal du hast den Schlüssel. Jetzt hab ich einen. Okay, hier ist nix. Langweilig. Alter, wie weit ist denn da? Bist du dir in der Scheißschlag. Ah, hier ist das Ding. Jetzt, wenn du die aufhebst, dann geht das Gitter hier runter. Dann können wir die platzieren und dann müssen wir nach rechts. Ja. Begeisterung. Na gut. Dann aufi. Schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert. Mal gucken. Jetzt haben wir insgesamt vier Tränke. Also es könnte jetzt ein bisschen besser funktionieren. So, warte mal. Man kann aber auch nicht quicksaben, ne? Nee. Ah. Funktioniert. Okay, dann weichen wir auf jeden Fall meine Geister gleich auf, dass ich die da unten einsetzen kann. Ja, wir müssen uns echt auf ein Ziel einigen. Ja, den einen hatten wir eigentlich schon echt weit runter. Oh. Ich sollte mich von den Typen nicht hauen lassen. Die machen richtig viel Damage. Diese dicken Mumien. Okay, ich hab fünf Geister in Reserve jetzt. Mehr geht nicht. Ich hab mein Schild. Ich hab halt kein blassen Schimmer, was LB macht. Gleich ist das Problem. Wir werden es sehen. Kennst du das? Ah, fuck. Was hab ich... Ah, okay. Ach, man muss die Schuhe auch aktivieren. Das ist natürlich gut zu wissen. Die haben aber wahrscheinlich einen zeitlichen Cooldown, oder? Ja, haben die auch noch. Oh, ich hab auch gar nicht meine... Ich hab meine Lehrtaste auch. Hier, äh... Nimm mal, genau. Bin mir grad nicht sicher, wer von euch bei den die Energie da... Ja, beiden, aber... So, hier rechts war noch mal Schätze. Will ich wieder haben. So. Jetzt geh mir da auf die Fresse. Frage ist nur für wen. Ja. Für irgendjemand. Ich bin... Okay. Ich hätte jetzt den rechten gesagt, aber... Ah, okay. Wow. Gut getaimt. Wow, guck mal, was ich hab. Das sieht gut aus. Es könnte so was sein, wie der Tote hat. So eine... Fehler. Komm her, Damage. Den einen haben wir gleich, Leute. Ja, ja. Oh, ah, fuck. Ja. Freeze. Schenk. Oh, fuck. Ja, den ersten haben wir. Okay, sehr gut. Oh Gott, ich schreck wieder. Beleb dich wieder. Beleb dich wieder. Los. Ich wollte warten, bis der Scheiß einfach abgeklungen ist. Okay, Geister, komm. Vorsicht, die Weißen sind nicht von mir. So, Illusionen nochmal und dann wird das. Den kriegen wir. Hä, warum geht das jetzt so easy, Leute? Das ist ja unglaublich. Vielleicht, weil wir uns jetzt mal wirklich absprechen und so. Das ist shit. Ein minimales bisschen an Taktik an den Tag legen oder so. Wow. Wie konnten wir hier vorhin sterben? Ich glaube schon, ja. So ein bisschen. Zumal wir auch unvorbereitet waren. Ich habe sogar Lebensenergie dazubekommen in dem Raum. Ich wage zu behaupten, dass diese Fähigkeit, die du mit Tränken machst, dich heilt. Okay, das kann gut sein, ja. Also, dass die sozusagen... Du musst einer nach dem anderen bitte. ...schädelünzen gelooten. Dass du sozusagen, äh, du den nahestehenden Lebensenergie entziehst. Level zu Ende, wa? Oh, ich glaube nicht. Oh, da sind... Oh, da sind... Oh, da sind wir noch ein Schlüssel. Alter, ja, richtig. Nice. Jetzt gibbet auf die Fresse hier. Jetzt haben wir die eingeschafft. Ach, nein, nicht Thürer. Oh, guck mal, ich habe einen Schlüssel. Ne, zwei. Oh, und ich habe Geister. Nein, da die Schädelmünze war jetzt aber missused, lieber Sege. Ja, Entschuldigung. Das Problem ist, dass ich mich von diesen scheiß Mumien immer treffen lasse. So, pass auf, wir haben noch, wir haben noch zwei Schlüssel und drei Türen. Ja, da oben ist ein Schlüssel. Hier oben ist noch ein Schlüssel drin. Den kannst du öffnen. Deshalb. Fangt. Sauhunde. Echt? Echt mal. Kack, Noob. Oh, eine Krone. Oh, da war eine Schädelmünze. Ach, super. Nice, also kann man die auch einfach so finden, das ist natürlich immer geil. Wusste ich auch gar nicht. Oh man, ich komme trotzdem immer noch zwischendurch durcheinander. Hier gibt es Nahrung, Vorsicht, bitte nicht eskalieren, Leute. Ich nehme immer so ein kleines, das reicht mir. Alle volles Leben, fast. Hammer. Ja. Bis auf das Fondschweil. Ja, hier kommt noch was. Oh ja, der Boss, glaube ich. Oh, nice. Oh, oh no. Ey, es ist auch, als hätten wir alle noch keine Videospiele gespielt. Wir kriegen ganz viel Zeug und Tränke und so. Ja, da muss man jetzt Ende kommen. Ja, richtig. Ist meistens so eigentlich, ja. Ja, ich spimme und habe der Dark Souls, also nein, da ist es nicht so. Ups. Ich wollte das Fass eigentlich nicht nutzen, aber gut. Hat funktioniert irgendwie. Oh, guck mal, der Typ da unten sieht auch nicht so glücklich aus irgendwie. Ja, das ist, wie gesagt, das ist der Boss, also. Dieser Beschwörungsstein muss verschwinden. Drei Schädel müssen haben wir. Ja. Könnte sein, dass wir die brauchen werden. Ich nehme mal Sprengstoff noch mit. Moment. Hier ist Levelende. Ja, genau, deshalb nehme ich den mit. Oh mein Gott, der will das Ende sprengen. Oh nein. Ich hätte jetzt eher versucht, euch zu sprengen, aber. Jetzt muss doch ein bisschen Gold geben hier mal für die Mission. Geht. Ja, ein bisschen. Nicht so viel. Boah, ey. Gold geht echt langsam hoch, finde ich. Ja, irgendwie schon. Aber wir können ja jetzt wieder Katakomben die Nebenmission machen. Da gab es ja eigentlich relativ viel. So, kann ich mir irgendwas Schönes leisten? Ich glaube, ich kann mir eh nichts leisten. Verwandelt Feinde in lebendiges Essen, das finde ich ja super. Das ist geil. Passt ja. Aber das kann ich noch nicht. Schade.